3 Zutaten Pasta, so einfach gelingt die Spaghetti Cazio EPP. Dieses Rezept ist so einfach, dass viele italienische Restaurants in Deutschland es tatsächlich gar nicht auf ihrer Speisekarte anbieten. Schade eigentlich, denn dadurch hatten viele von uns wohl noch nie das Vergnügen, Spaghetti Cazio EPP zu probieren. Ein Versäumnis, das Sie unbedingt schnellstmöglich nachholen sollten, und wir zeigen Ihnen, wie das geht. Im Video erfahren Sie die drei Zutaten und wenigen Zubereitungsschritte, die Sie für das leckere Pastagericht benötigen. Einfacher und leckerer zugleich geht es vermutlich gar nicht. Verwendete Quelle, Merkurde.